So, meine lieben Fußball- und Podcast-Freunde, endlich ist es soweit. Heute ist der Tag gekommen, an dem wir endlich aus den Startlöchern kommen. Ihr habt wahrscheinlich schon ewig drauf gewartet. Ein Fußball-Podcast von drei unfassbar geilen Typen. Ja, das ist Fakt. Leute, heute ist die erste Folge, Episode 0. Wir legen los von unserem Podcast 110 Real Talk. Ich bin Kevin Reuter, Spielerberater von 110 Sportmanagement. Und zu meiner Rechten, herzlich willkommen. Ja, stell dich ruhig vor, alles gut. Ich kann auch für dich reden. Alles gut. Ich dachte, du sagst erst meinen Namen und dann steige ich ein. Aber alles gut. Ja, wie Kevin schon gesagt hat, Folge 1 unseres hoffentlich erfolgreichen Podcasts. Du sollst dich vorstellen, Junge. Sven Müller, 33 Jahre. Ja, hab eigentlich auch mein Leben lang Fußball gespielt. Mit dem 18. Lebensjahr dann auch als Trainer angefangen. Mach jetzt viel Taktik-Analysen. Was? Holen wir weit aus? Ich stell mich vor. Ich stell mich vor. Ja. Pause. Das ist so das Grobe, was man zu mir sagen kann. Beim Angeln würde man sagen, weißt du so, der steht in Köln am Ufer, weißt du, und der hat die Angelroute bis nach Koblenz geschmissen. Ausgerollt. So, nur kurz, ey, Name, Adresse, nee. Adresse, okay. Nachher kommen direkt die Leute, die hier mit einigen Dingen nicht zufrieden sein werden, nachher bei dir vor der Tür klingeln. Das wird so oder so kommen. Da kommst du gar nicht drum rum. Die sind aber alle hertsch eingeladen. Da kommst du gar nicht drum rum. Gibt's marokkanische Minze. Aber gut, dass du aus dem Kampfsport kommst du. Leute, bevor er noch mehr spricht und noch mehr von sich gibt, lass uns ihn endlich einblenden. Zu meiner Linken. Stell dich vor, Bruder. Servus. Kader Mawel, mein Name, Betreiber einer Fußballschule, Fußballtrainer, Individualtrainer für Profis. Ja, es gibt einiges zu erzählen. Ich will gar nicht so viel ausholen. Ich denke, das kommt im Laufe der Zeit. Darf ich noch was anhängen? Ja. Ich bin auch Trainer in der Fußballschule. Ja, super. Stimmt. Sven natürlich auch KM1-Trainer. Freuen uns. Arbeitgeber, Vorarbeiter. Sven ist Chef. Das ist alles. Der Mann für alle Fälle. Schweizer Taschenmesser, oder? Genau, das Schweizer Taschenmesser. Geile Runde, wie du schon angesprochen hast. Wird lustig. Lange geplant, endlich umgesetzt. Genau. Viele spannende, geile Themen da draußen für euch. Auch den Jungs, Jugendlichen da draußen, dem Nachwuchs. Viele Sachen mit auf den Weg zu geben. Viele Tipps. Auch mal vielleicht ein bisschen im Bereich, oder extrem viel im Bereich, Mindset zu arbeiten. Coole Gäste einladen. Da stehen sehr, sehr krasse, kann man so sagen, oder? Krasse Gäste auf der Agenda. Ja, absolut. Auch Profis vom 1. FC Köln, aktive Bundesligaspieler. Oder, ja, man kann ja gerne auch schon mal ein bisschen teasern. Daniel Keita-Ruel wird mit Sicherheit auch in einem dieser Sessel sitzen. Der ist Pflicht. Das ist Pflichtprogramm. Da höre ich auch einfach nur zu, denke ich. Der hat, glaube ich, sehr, sehr viel zu erzählen. Er hat einige, ich glaube, wer Leute, die den kennen. Natürlich kluge, kluge Fragen stellen. Die überlege ich mir, obwohl ich bin der Freestyler. Ihr überlegt euch die Fragen und ich grätsch immer rein. Aber, Real Talk, da werden auch unangenehme Fragen gestellt, die man vielleicht so bisher noch nicht beantwortet hat. Deswegen, wir sind der Realste. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja, hip, ne? Hip, genau. Hat er oft bekommen als Kind. Ja, der isst das ja heute, glaube ich, immer noch. Ja, ab und an. Schönen Kindergries. Was ist denn für eine Sorte? Den Naturbelassen, Kindergries. Den Naturbelassen. Ehrlich? Ja. Ich dachte, jetzt hier mit dem kleinen Bockwürstchen. Wie heißen die? Mit dem Erbseneintoppen. Das ist der Rasko. Das ist was anderes. Da gibt es eine andere Geschichte zu, aber da wollen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Aber wir werden auf jeden Fall ein paar ganz wilde Storys raushauen. Ja, ich glaube, die legendäre Story von dir wird definitiv auch noch thematisiert. Welche? Welche von den vielen? Am Verhandlungstisch. Deine Weltklasse legendärste Verhandlungstisch-Story. Ja, muss. Muss. Ich glaube, da draußen alle warten drauf. Alle warten drauf. Die ist Weltklasse. Im Nachhinein ist es einfach auch lustig. Also, ich glaube, grundsätzlich. Also, wir sitzen hier, wir betreiben viel Real Talk, versuchen zu lachen, authentisch zu sein. Ja. Und einfach, ja, da draußen den Leuten einen gewissen Mehrwert bieten. Das sehe ich schon die Kommentare. Kann es auch einfach mal sein, dass er einfach so loslacht. Kann auch durchaus passieren, dass der ein oder andere ganz wichtige Info nicht während der Autofahrt hören, weil hier zu meiner Linken, ab der Kadamau, ich kann hin und wieder mal dafür sorgen, dass einer in die Leitplanke fährt. Also, bitte immer Konzentration auf die Straße und den Podcast am besten irgendwo zauberst. Die Kopfhörer vielleicht auch nicht auf volle Lautstärke. Ja, auf keinen Fall. Könnte dann durchaus mal sein, dass das bei mir dann zu einem Hörstoß führt. Nee, nee, wir haben schon, im Cutting, glaube ich, kriegen wir das hin, dass wir dich grundsätzlich ein paar... Dich regulieren wir. Ein paar Dezibel runter machen können. Du hast runter reguliert. Ja, immer du, wenn du anfängst, glaube ich, hier richtig loszulegen, ist so vergleichbar mit... Alice haben hier ein Gala-Stadion, wenn die irgendwie einen Torjubel ansetzen, weißt du? Als würde ein Düsenjet irgendwie an dir vorbeikriegen. Oh, Türke bist du jetzt auch noch. Alba, ne? Könnte aber auch als halber Türke durchgehen, der blonde Türke. Ja. Der Blondi vom Bosporus. Der Blondi. Der Blondi vom Bosporus. Hallo, mein Name ist Bülent. Nee, aber ich glaube, ich könnte mich auch im Raum weitersetzen und man würde mich immer noch am Mikro hören. Ja, ist doch gut. Du hast halt eine sehr laute und... Das machen wir, wenn wir fünf Gäste da haben, weißt du? Und wir haben ja nur wahrscheinlich... Aktuell haben wir vier Sessel. Von der Breite her... Können wir noch einen auf den Schoß? Nein. Können wir so eine Talkrunde machen? Machen wir nicht, aber... Sven nimmt einfach einen auf den Schoß. Vielleicht können wir hier einen hinknien, der hin und wieder mal hochkommt. So, guck, guck. Aber, ja, wie gesagt, viele krasse Themen. Ich glaube, ja, angefangen vom Jugendfußball über den Profifußball, über Athletiktraining, Mindset-Schulung, Extra-Training, Berater-Themen. Alles rund. Wir werden definitiv auch... Wir werden alles behandeln. ...Oma Aft hier in diesen Sessel einladen und ganz hohe Expertise in diesem Bereich. Ja, jetzt hören wir, jetzt verraten hier nicht schon alles. Ganz, ganz hohe Expertise in diesem Bereich. Wir müssen hier auch mal so diesen Überraschungseffekt drin haben. Das machen wir eigentlich, wenn wir jetzt Ansagen machen und die Gäste kommen nicht. Ja, dann haben wir ein Riesenproblem. Also sind die jetzt quasi gezwungen, wenn die die erste Folge sehen, sind die gezwungen, die auch dann daran teilzunehmen. Nein, aber ich glaube, die Leute, die wir genannt haben, die werden definitiv dabei sein. Keine Frage. Und, ja, viel Spaß und Freude mitbringen. Ja, wir sind natürlich auch coole Jungs, darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben viel zu sagen, viel zu lachen. Wir vor allem. Viel zu erzählen auch, ne? Ja. Vor allem ihr zwei Knallköp. Wir? Ihr beiden. Ihr zwei. Ihr zwei. Ihr zwei. Ihr hört euch gerne selber reden, aber ich höre euch auch gerne zu. Natürlich, ist klar. Das sagen sie dann hinterher immer alle, ne? Ja, definitiv. Also, ich freue mich darauf, wenn du einmal in deinen Flow kommst und dein Cap, dann kann es auch mal sein, dass du zehn Minuten gar nichts sagst. Da kommst du halt auch mal nicht zu Wort, da musst du richtig reingrätschen dann. Ja, aber jetzt fass beiseite, wir würden jetzt eine Viertelstunde quatschen, ne? Du würdest merken, so, oh, was ist das hier? Ist das Doppelpass oder was? Zwei alleine. Spielen die sich die Gegenseite die Bälle zu? Nein, ich höre euch auch gern zu und ihr habt ja auch Ahnung, ihr seid vom Fach und wenn ihr da auch im Flow seid, will ich euch da auch gar nicht großartig unterbrechen. Es sei denn, es liegt mir was auf der Zunge, was unbedingt in dem Moment raus muss. Ja, das muss raus, weil sonst kann man es auch mal wieder vergessen. Ja, genau. Ja, also. Wenn man dann zehn Minuten weiter ist, hat man den Gedanken schon wieder vergessen. Ja, ja, ich sowieso. Ja, also ich glaube, so wie er im Podcast sich verhalten wird, war er auch am Platz, weißt du? Aggressiv. Am Beißen. Hin und wieder auch mal so eine Grätsche machen, so laut rein. Überpaced auch? Auch, auch, auch. Das ist auch vollkommen definitiv. Ich habe auch die eine oder andere gelbe Karte als Trainer bekommen. Ach du Dickes. Aber nie vom Platz gestellt worden. Noch nie. Ich habe noch nie in meinem Leben eine rote Karte bekommen. Ja, kennt ihr das Interview von Walter Frosch? Als der eingewechselt wird und der, ähm, Sie retten. Und dann kommt der Schiedsrichter von der Seite und sagt so, er war ein sehr fairer Spieler. Er hat stets versucht, immer fair zu spielen. Weißt du, was das heißt? Stets, ja, ja. Ja, stets und versucht. Im Arbeitszeugnis ist das so Sitz und Sechs. Das ist in der Kombination, stets und versucht. Er hat stets versucht, fair zu spielen. Er war stets bemüht. Der war, der war der größte, glaube ich, Treter, der auf dem Platz rumgelaufen ist. Und ich glaube, der war jedes Mal kurz vor rote Karte. Der war Weltklasse. Weltklasse Friede. Sergio Rahm aus Deutschland war der wahrscheinlich. Mit der schönen Schachtel. Walter Frosch, ne? Walter Frosch. Da fragst du dich immer, woran hattet ihr Leben? Ja, das ist ein anderer. Das ist ein anderer Meme. Der hat aber auch die Kippen in den Stutzen gehabt. Ja? Ja. Da müssen wir, glaube ich, mal recherchieren, ob das stimmt. Ja, das ist der Wahrheit. Könnt ihr gerne machen. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Aber was wäre denn ein Gast, den ihr gerne mal hier in dem Sessel sehen würdet? Oh, schwierig. CR7. Also, wir können egal in welches Regal greifen. Ich frage dich, wen du gerne hier sesselst. Hey, hör mal. Jeder hat mal klein angefangen. Ja, klar. Wir müssen hoch ins Regal greifen. Ja. Oh, also. Ich glaube, bei dir Pep. Pep würde ganz gut stehen. Ja, Pep oder Jürgen Klopp. Klopp. Ja, ja, Klopp. Wie macht der mit den Zähnen? Ah, ich kann es noch mal leisten. Leibniz. Ich glaube, der hat die ausortierten Keramiktassen hat der vorne drunter. Der hat einfach 52 Zähne. Wenn der in Leibniz die Kekse beißt, dann... Das ist ein Ei. Das ist ein Ei. Ihr seid krank, ehrlich. Na ehrlich, ich höre es Spaß. Ich höre es Spaß. Ich glaube, er würde auch darüber lachen, wenn er das sehen würde. Naja, aber Kloppo, Kloppo so... Der macht ja auch Podcasts, ne? Ich feiere den. Kloppo ist ein geiler Typ. Also den würde ich gerne hier sehen als Trainer auch. Auch einfach mal so, um sich unter Kollegen auszutauschen. Unter Kollegen auszutauschen. Ja, so viele Sachen, wie... Ganz gewährlich, der Team. Wie er Sachen sieht, wie er Sachen umsetzt und sowas. Wie will das dann auch auf seinem Gebiet umsetzen. Der sagt gerade Kollegen. Der Typ hat kein... Jürgen Klopp, der hat... Der hat alles gewonnen. 300 Premier League Spiele, 250 Bundesliga Spiele. Der hat Champions League Pott in der Hand gehalten. Der sagt so, Kollege. Klar. Das stings. Ist das drei... Ist das frech? Ja. Okay, so bin ich. Sehr frech. So bin ich. Aber selbstbewusst, finde ich gut. Das zeichnet mich aus. Ist auch leicht überheblich. Das brauchen wir auch hier, ne? Mehr San, mehr Kultur. Genau. Das stimmt. Ich bin der Erfolgs... Er ist ja Erfolgsfan. Er ist ja Erfolgsfan, genau. Die Story erzähle ich immer wieder gerne. Warum? Ich bin Bayern-Fan, seitdem ich gerade so laufen kann. Erzähl keinen. Doch. Ist wirklich so. Also hast du auch spät angefangen zu laufen mit 19, ne? Genau. Ich habe mit 17 angefangen zu laufen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das da draußen? Einmal in die Kommentare, Jungs, unter dem Podcast hier, unter dem YouTube-Video, ob ihr mir glaubt, dass ich schon seit dem vierten Lebensjahr Bayern-Fan bin. Ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle. Aus dem Alter. Okay, dein Lieblingsspieler aus der Bayern-Zeit. Jetzt die Hände. Mein absoluter Lieblingsfußballer in meiner Jugendzeit vom FC Bayern war Mehmet Scholl. Oh. Da hast du. Mehmet Scholl. Feiner Zocker. Ganz feiner Zocker. Meiner war... Meine Eltern, ich weiß nicht, mein Vater, glaube ich, der war das schuld. Ich habe viele Kinderfotos von mir, wo ich Bayern-Trikots trage. Aber wen ich früher überragend fand, war Giovanni Elber. Ja. Ja? Ja. Ich fand das immer frech, bei Pro Evolution Zocker hieß er immer Giovanni Leber. Ich habe ihn immer nur gesehen als kleiner Bub, dass er nur geknipst hat. Legendärster Torjubel. Der schießt das Tor, legt sich in das Bayern-Logo und rollt sich ein. Genau. Geil. Ja, der hat auch einfach so diese brasilianische Mentalität auf dem Platz gehabt. Der war da, der hat Spaß gehabt. Weißt du, wie man den Jubel nennt? Wieso Schirolle? Der Dürüm-Döner. Der Dürüm-Giovanni. Der Dürüm-Giovanni. Nicht verwechseln mit dem Giovanni aus Dürren, sondern Dürüm-Giovanni. Dürüm-Giovanni. Geil. Der war super. Fand ich auch super. Gibt es, glaube ich, viele Jugendlegenden, die wir gefeiert haben. Ja. Einer von Kader, weiß ich ganz genau. Blind. Der wird aber auch selber nicht drauf kommen. Nur wenn ich den Namen sage, wird er sagen. Wer, 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 wer. Schieß los. So ein Idol aus deiner Jugend. Aber kein so... Sofjan Tosani. Genau. Der ist so ein Spoiler-Fisch. Was für Spoiler-Fisch? Das war geraten. Woher wusstest du das? Das war geraten. Das war auch einer... Es gibt dieses eine Video von dem, wo der... Das Schlimme ist, das wurde mir fast zum Verhängnis. Echt? Weil ich irgendwann auch die Faxen im Spiel gemacht habe und dem einen oder anderen Trainer, dem hat das nicht gefallen. Überragend, überragend. Sofjan Tosani. Nachts geht er raus und fängt auf einmal an mit dem Ball zu zaubern. Ich wollte immer... Diese Tricks könnt ihr da auch... Ich habe es nie geschafft. Persönlich kennenlernen sogar 2006 in Berlin. Wow. Da war der... Padakau? Ja, da war irgendwie so ein Event von einer großen Sportmarke. Was soll ich nennen? Ich glaube... Ja? Ja, klar. Ich weiß es nicht, wenn ich bei Puma noch bestehende Geschichte habe. Ja, jetzt kommt er damit. Ja, Puma. Ich bin der letzten... Kai, Grüße gehen raus an dich, Puma, ne? Ja, der Podcast, der wird bald richtig viral gehen. Das heißt, ich muss auch schön... Oder wir Jungs, wir wollen schön vom Puma ausgestattet werden. Oder? Ihr nicht? Ja, muss ich sagen. Boah, Puma hat geile Sachen, muss man sagen, oder? Also, man muss schon sagen, wirklich... Ich muss echt sagen, ich habe mich echt... Wenn man es vergleicht, so vor zehn Jahren, wo ich noch aktiv Fußball gespielt habe... Waren die Schuhe viereckig. Ja, ohne Witz. Also, konntest du Puma wirklich nicht tragen. Ja, aber mittlerweile... Im Laufe der Zeit... Wir sind auf einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs. Haben ja auch einen der großen Big Player unter Vertrag mit Nehmer, ne? Ich trage die ja selber noch. Hast du nicht einen Big Player? Ja, Nehmer ist schon ein Big Player. Warte mal, Nehmer. In dem Business. In dem Business. Also, es hat... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Kein Ballon d'Or-Gewinner hätte durchaus... Werden müssen, wenn er ein bisschen Gas gegeben hätte. Hätte definitiv in diese Riege von Ronaldo und Messi mit Ballon d'Or... 100 Prozent. Aber nicht mit der Einstellung. Dafür hätte er beim Barcelona bleiben müssen. Naja, aber dafür hätte er auch... Wenn er jedes Jahr Karneval feiern, der verletzt sich doch jedes Jahr zur selben Zeit. Ja, aber das ist nicht wegen Karneval, sondern wegen dem Geburtstag seiner Schwester. Okay, super Argument. Entschuldigung, nehmen wir alles zurück. Ja, das ist schon was anderes, ob ein Familienmitglied Geburtstag hat oder du dann da in Brasilien hängst und die Hüfte schwingst. Du kannst auch die Familie einfliegen lassen. Könntest du auch, ja. Der könnte halt Brasilien sich einfliegen lassen. Aber das ist wirklich einer, wie du sagst, der ist eigentlich jemand, der ganz oben ins Regal gehört, wo dann auch die goldenen Trophäen stehen. Goldener Anhalter steht bei dem auf jeden Fall. Ja, die hat der halt, ne? Das ist schade, sehr schade. Der hat viel gewonnen, ne? Der hat viel gewonnen. Ja, aber diese individuelle Auszeichnung, die ist ja bei ihm komplett... Die hätte der gewinnen können. Ballon d'Or hätte der 100 Prozent holen können, sage ich. Also, wenn er 50 Prozent von Cristiano hätte, dann hätte er 4 geholt. Ja, 100 Prozent. Wenn er dieses Mindset und diesen Willen gehabt hätte, definitiv. Also, ich sage ganz ehrlich, ne? Also, so Sport... Ganz ehrlich sagen wir den Satz, das heißt, du bist sonst unehrlich. Nein, nein. Ich sage euch... Ich weiß, er wird das nicht gerne hören, weißt du? Sag ruhig, sag ruhig, hau raus. Mit Messi? Nein, ich sage, wenn er nur 50 Prozent die Einstellung von Ronaldo gehabt hätte, hätte er mehr Ballon d'Ors als Messi gewonnen. Weil da hat ja auch, glaube ich, ein paar von denen waren ja unrechtmäßig. Ja, absolut. So die einfach nicht... Das habe ich jetzt auch vor kurzem ein Video gesehen. Nicht fair gewesen. Von einem sehr, sehr guten, bekannten Freund, enger Vertrauter, Familie. Oh. Ja, der hat da auch mal die ein oder anderen Sätze fallen lassen, dass der ein oder andere Ballon d'Or wohl dann doch gekauft wurde. Geht, glaube ich, nur um einen. Nein, Lewandowski, zu der Zeit, wo Lewandowski alles geholt hat und alles kaputt geschossen hat. Ein Fisch-Tor. Ja, aber einer ist einer, ne? Und dann gibt es immer noch ein paar, wo du dann sagst, okay... Der von den Jester, ne? Eigentlich hat Messi gar keinen gewonnen. Ich sage, vier hätte er verdient gehabt. Ja. Ein weniger als Ronaldo. Wie viel hat Ronaldo? Fünf, ne? Fünf, glaube ich. Als Fanboy solltest du das wissen. Fünf. Fanboy, ne? Absoluter Fanboy. Ich auch, bin auch absoluter Messi-Fanboy. Was? Bin auch absoluter Messi-Fanboy. Okay, wie viele hätte Messi rechtmäßig gehabt? Sechs. Inja soll Lewandowski weg. Hat er acht? Der für Haaland nicht, ne? Der zählt nicht. Ja, der zählt auch nicht. Würde ich auch nicht sehen. Der hat ja die WM gewonnen, die gekaufte. Der ist weit hergeholt, also ist nicht gekauft. Er ist ein anderes Thema, glaube ich. Für eine eigene Folge, aber schon mal in Haaland hat, glaube ich, in seiner ersten Premier League-Saison das Triple gewonnen. Der hat knapp 50 Tore geschossen, hat Torrekorde gebrochen ohne Ende. Individuell, glaube ich, alles zerfetzt, was es gibt. Im direkten Vergleich dazu hat Messi, hat er die französische Liga gewonnen, ja, ne? In der Farmers League hat er auch nichts gut. Aber schwache Saison gespielt. Ja, schwach, schwach. Also ich muss sagen, ich war sehr enttäuscht. Lass aufhören, nicht, dass er noch sauer wird, dann steht er auf. Ja, kann sein, dass es hier passiert. Wird niemals passieren. Wir werden jetzt gerade sowieso, hier bilden sich gerade sowieso zwei Lager, auch da draußen für die Zuschauer. Da wird der eine für Messi, der andere für... Wenn wir mal grundsätzlich einfach, auch wie du sagst gerade, ehrlich sind, müssen wir uns einfach auch eingestehen, dass wir einfach das größte Glück haben, diese beiden erleben zu durften. Das Ding kann man ganz einfach lösen. Das kann man ganz einfach lösen. Das kann man gar nicht lösen. Doch. Hashtag Team Messi in die Kommentare und Hashtag Team Ronaldo. Dann geben wir das, dann geben wir einen ganzen bestimmten Zeitrahmen. Und was ist, wenn hauptsächlich Messi-Fans das zufällig sehen? Ja, dann ist das so. Ganz zufällig. Aber was denn zufällig nur Ronaldo-Fans das sehen? Dann ist das so. Dann ist es okay. Dann hat die Community entschieden, dass für die Ronaldo der Beste ist. Dann ist es okay für uns, Jeff. Grundsätzlich, lass uns das einfach so handhaben. Wir stimmen ganz fair ab und die Überzahl gewinnt. Messi, wer ist für Ronaldo? Wer ist für Messi? Ja, zwei gegen zwei. Habt ihr aber nicht gemacht. Zwei gegen zwei zu zwei. Drei. Drei Punkte. Drei Punkte. Drei. Vier. Ja, also ganz einfach gesagt, wirklich. Da muss man ja auch einfach nur die Fakten auf den Tisch legen. Wenn es um Einstellung, wenn es um Mindset, wenn es um Arbeiten geht. Das ist Ronaldo. Das ist der Boss. Sage ich auch nicht, dass das nicht so ist. Absoluter Chef. Wenn man dann aber Tore und Assist und gewonnene Schädel. Ja, da ist Messi vorne. Nein, generell. Die ganze Saison. Messi ist wie alt? 35 oder 36. Wie alt ist Ronaldo? Okay. Wer hat die meisten Tore? 20, 23. Ronaldo. Hast du den Tweet von Ronaldo gesehen? Also du würdest mir sagen, du möchtest mir aber jetzt sagen, weil ihr habt ja gerade eben beide die League als Farmers League gezeichnet. Wo ist er denn gerade? Er spielt in Miami. Das kannst du heute noch mitspielen. Die Saudi League. Die Saudi League ist keine Farmers League. Saudi ist keine Farmers League. Nein, nein. Es ist eine Top-Liga. Was sagt ihr? In Zukunft entwickelt sie sich zu einer Top-Liga. Wir reden vom Hier und Jetzt. Ja, aber da sind mehr Top-Stars als in Amerika. 100 Prozent. Ja, das auf jeden Fall. 100 Prozent. Aber da ist auch das Geld, um die Top-Stars da hinzuholen. Ja, und da können die da nichts dafür. Ja. Würdest du doch genauso machen. Ich? Ja, klar. Niemals. Was? Ich würde mich finanziell Dreck absichern. Ist diese Geschichte wahr? Sie fragen sich, ob diese Geschichte wahr ist? Nein. Sie ist frei erfunden. Sven, ernsthaft. Wenn jetzt irgendein Saudi-Club kommt und sagt, ey, du bist bei KM1, machst das gut. Soll ich sagen, was ich mache? Ich laufe da hin. Ja, deswegen. Kannst du mir nicht sagen, auch die ganzen Profis, die da hingehen. Das ist auch für mich, ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, dann mit 32 oder 30 dann da hinzugehen und zu sagen, ey, pass auf. Ich sag dir auch, mit 23. Pass auf, ich sichere hier die nächsten 15 Generationen meiner Familie ab. Carlos, das ist das Beispiel, wo diese China-Geschichte kam und die da auch keine Ahnung, wie viele Millionen rausgeballert haben. Oscar auch. Hat er auch gesagt. Kam aus Brasilien, Chelsea performt und dann ist er auch nach China gegangen. Hat er da damals dann in einem Interview gesagt. Er hat schon immer in der Bettwäsche von dem Verein gespielt. Ist aber auch einer der wenigen, der heute noch da spielt. Er weiß aber, wer der geilste in der Hinsicht ist mit so, ähm... Carrasco. 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 Ja, Carrasco, stimmt. Er war einfach bei Atletico, ist dann nach China gegangen, hat sich richtig die Taschen voll gemacht, Vertrag ist ausgelaufen, glaube ich, und dann ist er zurück zu Atletico gegangen und jetzt dann nach Saudi-Arabien. Das ist richtig so, das ist clever, Mann. Mega, Mann. Ja, aus dieser Sicht, finanzieller Sicht, das... An dem würdest du dich doch nicht erinnern. Also jetzt, ohne dem jetzt zu nachgehen. Ja, doch, ich hab den Spielen sehen. Ja, aber... Ich hab den gegen Deutschland gesehen. Du hast den live gesehen, ne? Die Leute werden sich doch eh nur an Messi und Ronaldo... Ich war zweiter Reihe, dritte Reihe gegen Deutschland, wo Goretzka sich auswechseln lassen hat nach 20 Minuten, weil er dachte, er kriegt eine Lungenentzündung, wenn das weiter so geht. Ja, aber da kam Emre Can ran, ne? Emre Can hat Sheffield geregelt. Nein, aber ich sag ja, also ich meine jetzt in dieser, ähm... Ja, Elite. Das ist ja Ronaldo oder Messi, an die werden sich alle erinnern. Ja, klar. Die ganze Generation von uns wird sagen, das haben wir miterlebt, unfassbar. Wenn wir, sag ich mal, du sagst Top-10-Fußballer in, weiß ich nicht, Zeitraum 1980 bis 2020. Da würdest du ja sagen, mit 2000 bis 2020. Da wird der Name Carrasco nicht fallen, nein. Da wird der Name niemals fallen. Nein, da nehme ich dir recht. Soll der sich doch lieber, soll der sich doch lieber schön das Konto vollknallen? Absolut. Und Fetsch. Richtig so, du bist am Ende, darfst du ja auch nicht vergessen, nur Produkt, Fußball, was wir nicht verlassen. Ja, das ist so, ich sag auch, ich find das überhaupt nicht verwerflich. Erfolge hin oder her. Ja. So wie die Vereine es am Ende dann auch machen, wenn sie den Spieler nicht fallen. Guck mal, Henderson ja jetzt auch, der ist hingegangen, der will aber jetzt zum Beispiel direkt wieder zurück. Ja, ist okay, mal ein bisschen mitnehmen, ist ja auch schön. Was ich halt, also ich find's auch nicht verwerflich, wenn man's als 23er gemacht, macht, aber wenn du dann wirklich ein Top-Talent bist, in einer der Top-5-Ligen, dann musst du halt abwägen, finanzielle Absicherung oder lieber Leidenschaft und versuchen, Titel zu gewinnen dann auf europäischer Top-Ebene. Wie der Spanier von Celta Vigo, der jetzt eingegangen ist. Ja, genau. Ich find's nicht verwerflich, ich kann's absolut nachvollziehen, 100 Prozent. Also das wäre für mich auch eine schwierige Entscheidung gewesen, wenn ich mit diesem Talent gesegnet gewesen wäre, war ich nicht, aber für mich sehr, sehr schwierig. Weil du fängst ja eigentlich an, um deinen Traum zu leben. Fußballprofi werden, bist du da auch, aber da gewinnst du dann halt nicht, hast du halt nicht die Möglichkeit, eine Champions League oder eine Euro-Liga. Auch Asia-League kannst du da gewinnen. Ja. Asia-Champions League. Ja. Da kann natürlich auch sein, dass da was kommen wird, ne, mit der Saudi-Liga, dass die vielleicht irgendwelche Startplätze für die europäische Team... Ja, das hatte ich mal gelesen, dass das irgendwie beantragt worden ist. Also die werden schon, ja, einfach den Fußballmarkt mit Geld zuschütten, dass einfach keine andere Wahl besteht. Wenn die da der FIFA 500 Millionen auf den Tisch legen und sagen, lass die Top 3 bei uns in der Liga auch mit in der Champions League einfließen, dann werden die das machen. Ja, das war ja auch jetzt wieder, ist ja jetzt auch wieder so. Find ich aber nicht richtig, sag ich ganz ehrlich, weil das hat man doch so eingegrenzt. Das ist ja Europa. Aber ich sag dir echt, Fußball ist doch E-Kommerz, komplett kommerzialisiert. Wegen der Saudi-Arabischen Liga, keine Chance. Also Länder wie Deutschland, Italien, Spanien... Wo findet denn die Supercopper von Spanien statt? Komplett machtlos sein. Wo findet die Stadt Supercopper? Hier, schwarz-weiß am Kunsthausen. Im Käfig. 4 gegen 4. Auch in Saudi-Arabien. Ach, weiß ich doch, hab ich gelesen. Frechheit. Ist ja Groß doch noch ausgepfiffen worden im Spiel jetzt. Wer ist ausgepfiffen? Du musst ja... Nein, aber das ist doch auch... Weil er hat Kritik geäußert, so. Kritisch. Er hat sich kritisch geäußert dazu, warum man diese Spiele dann nach außen verlagern muss. Sag ich aber auch ganz ehrlich, verstehe ich auch nicht. Aber das... Verstehe ich nicht. Das ist ein eigenes Thema, wo ich sage, man muss halt schauen, dass die Liga halt interessant bleibt und da kommt halt Kohle ins Spiel. Wenn du jetzt ein Spiel outsourcest und sagst, wir verkaufen das Spiel jetzt nach Saudi-Arabien, die zahlen uns da für 200 Millionen, so. Da muss man das vielleicht mitnehmen. Was war das denn? Entschuldigung. Kleines Küsschen. Kleines Küsschen. Küsschen aufs Nusschen. Ja, Küsschen aufs Nusschen. Aber bring deinen Gedanken mal zu Ende. Das war ein Blende, ne? Dann habe ich nämlich noch einen Gedanken zu diesem Outsourcen. Absolut legitim. Aber man muss halt als Spieler, wenn man sich da kritisch gegen äußert, ich glaube, Toni Kroos wird sich auch gar nicht beschwert haben darüber, dass die den ausgefiffen haben. Nee, der hat ein paar ausgemacht, dass er die Stimmung total geil fand. Ja, super, mega. Also, wer austeilt, muss auch einstecken können und das hat er auch gezeigt, konnte er auch. Ich glaube, die sind auch weitergekommen. Das kann der Querpass Toni. Die haben ja auch gewonnen. Die sind ja weitergekommen. Ja. Phänomenales Spiel. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es geguckt. Ich verstehe. Das ist aber ja auch dasselbe, wo du gerade eben das mit diesem Outsourcen genannt hast. Da finde ich das Konzept, was in einer anderen Sportart, in der NFL stattfindet, schon. Die haben das ja jetzt auch die letzten fünf, sechs Jahre, glaube ich, gemacht. Es ist immer nur in Amerika stattgefunden. Aber die Community in Großbritannien und in Deutschland ist so immens gewachsen. Wollen die da hinfliegen, wenn die sich das angucken wollen? Dass sie gesagt haben, wir machen London Game und jetzt in Deutschland hast du München und Frankfurt im Wechsel. So was finde ich dann okay, weil da eine Community vorhanden ist, die du dann auch bedienen kannst. Ich auch. Ich bin absoluter NFL-Fan, absoluter Football-Fan. Ihr seid da nicht so. Deswegen wartet ihr auch gerade kurz auf, das zu canceln. Ich sehe ja immer nur irgendwelche Leute am Mikro. Irgendwas am Erzählen. Ja, das ist halt, wenn man das nicht versteht, ist ja auch vollkommen... Und dann weiß ich, was ich da mache und mache ich entweder aus oder dann weiter. Da sehe ich immer nur so einen Zebra. Ich bin einmal wach geblieben für Super Bowl. Ja, auch. Weißt du, wer da gespielt hat? Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich habe, glaube ich, fünf Minuten... Weißt du, wer da... Guck dir den... Fünf Minuten. Fünf Minuten habe ich geguckt. Ich so, ey, bin ich bescheuert? Was mache ich hier eigentlich? Ich verstehe, das spiele doch eh nicht. So am Labern. Die haben alle so ein Headset. Da habe ich mich schlafen gelegt. Die Halbzeitshow kannst du ja auch auf YouTube angucken. Ja. Aber, ja, was ist denn an dem Headset so schlimm? Das haben die ganzen Assistenten von den Co-Trainern in der Bundesliga auch. Der Schiri wird öfters gezeigt als das Spiel selber. Du siehst immer nur so einen Zebra da rumhüpfen, der irgendwas erzählt. Stimmt überhaupt nicht. Das stimmt. Du kannst damit nichts anfangen, weil du es nicht verstehst. Das sind mehrere Schiri. Nein, ich dachte, das wäre der Typ vom Footlooker, der sagt, ey, geh mal bitte im Lager. Geh mal im Lager und guck mal, ob der Jordan Lowe in 43.5 noch da ist. Dann haben wir den Nike Dunk Panda in 43 noch im Lager. Das ist der Schiri, den du das sagst. Das ist der Schiri. Das ist der Schiri. Ich dachte, der wäre vom Footlooker. Ey, yo, Joe, geh mal ins Lager und guck mal, ob er uns 24.5 hat. Irgendwann hat einer angefangen zu gucken, dann setzen sich da mehr dazu, mehr. Und dann ist da so ein Dings draus geworden. Trittbrettfahrer. Ja, und du auch. Seit wann guckst du das denn? Seit 2013. Das war der Super Bowl San Francisco 49ers gegen Baltimore Ravens. Damals noch mit Colin Kaepernick. Sagt er euch was, Colin Kaepernick? Guck mal, wir wollten noch eigentlich nur die Outsourcen zulassen. Guck mal, wie weit wir... Ja, das bist du schuld, weil du so ausholst. Ich habe nur das thematisiert, dass ich dieses Verfahren gut finde, dass ich dieses Vorgehen gut finde von der NFL, weil es ja an die Community gerichtet ist, die so immens gewachsen ist. Guckst du Baseball? Nein. Was guckst du noch aus? Basketball. Aber ganz selten. Ich hatte gerade was auf der Zunge, ich habe es aber sein lassen, als du gefragt hast, guckst du Baseball? Nein, nein, ich habe eine Frage gehabt. Ich lasse stecken. Baseball, nö, kann ich nichts mit anfangen. Basketball hin und wieder mal. Aber was ist das Strike, ne? Drei. Wie viele Strikes hat man? Drei? Drei, dann bist du raus. Ja, super. Der kennt auch noch die Regel vom Baseball. War der auch kurz auf dem Halt. Ja, hier, drei. Ja, drei. 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 Aber der meint, okay, der wollte gerade eben was sagen. Kennt ihr Colin Kaepernick? Ja, klar kennt man den, weil der auch... Warte, kennst du Colin Kaepernick? Soll ich ihn kennen? Willst du mich verarschen? Ich kenne kaum Fußball und du fragst mich nach irgendeinem Footballspieler. Nein, nein, aber das hat... Ist nicht irgendeiner, muss man dazu sagen. Nein, das ist einer, der diese Black Lives Matter Kampagne extrem hervorgeholt hat. Und auch dann dafür eingestanden ist. Das war quasi der Pionier dafür. Okay, kaufe ich mir ein Trikot von. Der war der Erste, der abgekniet ist während der Nationalhymne. Genau. Um ein Zeichen gegen den Rassismus, den schwarzen... Geiler Typ, Riesenrespekt an dich draußen. Und dafür... Da müssen wir dann übersetzen für ihn und ihm dann schicken. Dann muss man halt dazu... Vielleicht kann man den mal einen Podcast einladen. Oh, das wäre stark. Mein Englisch ist not so gut. Ich kriege das hin auf Englisch. Ich kriege es auch auf Englisch, wir übersetzen dir dann, aber den kriege ich auch hin. Du kriegst einen Translator ins Auto. Wie dieser Schiri, ne? Der kriegt auch wieder... Hey, Joe, guck mal, haben wir noch hier... Like, Dunk, Low, haben wir den noch da? 4, 4, 5, 5. Bist du noch da? Bist du noch im Lager? Bist du schon drin? Der hat halt nachher genau aufgrund dieser Geschichte... Da hat er keinen Verein mehr gefunden, ne? Everyone cut machen. Das war unter der Trump-Regierung. Der hat gesagt, solche Leute haben in der Liga nichts zu suchen. Der hat nie wieder einen Verein gefunden. Donald Trump. Der hat nie wieder einen Verein gefunden. Der hält sich jedes Jahr fit, falls irgendein NFL-Team einen Quarterback vielleicht braucht. Aber das traut sich keiner. Ja, weil die sind ja alle... Die Besitzer von den Klubs sind ja alle sehr, sehr wohlhabend. Ja, die sind mehrfache Milliardäre und so. Und die, ich glaube, ich dinieren auch alle am selben Tisch, an derselben Tafel. Ja, und da wird natürlich kommuniziert. Ich glaube, der Trump hat das in der Rede gesagt. So, get the fuck out of here. Ja. So in Richtung von Kaepernick. Weißt du, was Nike dann mit Colin Kaepernick gemacht hat, ne? Ja. Eine riesen Kampagne gestartet mit dem Black Lives Matter. Nein. Geil. Guck, alles kommt zurück im Leben. Times Square, riesen Plakate gehangen. Unfassbar. Geiler Typ. Aber sehr viele Nike-Anhänger verloren. Aber ganz ehrlich. Ich bin juckt das, Mann. Das sind sowieso Leute. Gibt Sachen, die sind wichtiger. Auf die Leute kann man auch getrost verzichten. Aber zurück zum Thema Fußball. Genau. War jetzt ein guter Exkurs in die NFL, in American Football. Outsourcen. Willst du das noch fordern? Outsourcen. Nein, nein. Wir haben jetzt fünf Minuten verloren wegen NFL. Egal. Aber wir hatten auch einen lustigen Kommentar von Kev dabei mit dem Flugluckermitarbeiter. Hat er aber jetzt gesagt, was er sagen wollte? Ja, habe ich. Habe ich. Was denn? Das Outsourcen, dieses Modell, das Modell der NFL, dass das dahin geht, wo die Community wächst. Und nicht einfach in irgendein wildfremdes Land, wie jetzt Saudi-Arabien, wo eh kein Mensch hinguckt. Aber das machen ja auch viele Fußballclubs. Also Bayern München beispielsweise durch die Verpflichtung von Kim. Heißt der Kim? Kim. Haben die natürlich auch ihren Markt in den asiatischen Ländern erweitert und haben natürlich auch dort. War ja auch bei, wie heißt der Heumings Song? Bei Bayer Leverkusen, LG, nur durch den Sponsor. Wahrscheinlich heißt er aus Südkorea, glaubst du, LG, ne? Interessant. Also Bayern München, egal wer macht das, ne? Die gehen dann alle in den Markt, wo jetzt halt ein Spieler da und da hinkommt. Damals haben sie auch nur Landon Donovan geholt, deswegen. Damit sie auch den amerikanischen Markt so ein Stück weit abgreifen können. Ja, ich glaube, der Cleansy hat den ab und zu in Florida, wo der ja lebt, hat den da irgendwie rumjoggen gesehen. Den sagst du, hör mal, du siehst total athletisch aus. Ich fand den gut. In der A-Jugend hab ich den, glaub ich, schon mal spielen gehen. Wieder hat mir die Frage... Vier Nüsse hat er gemacht. Ja? A-Jugend Bundesliga, Bayer Leverkusen. Hat er den A-Jugend gespielt, ja? Als sie den geholt haben, Leverkusen, weil er war ja vor Bayern, hat er ja schon mal in Deutschland gespielt. Ja? Ich weiß es jetzt auch nicht. Donovan hat, glaub ich, schon mal in Leverkusen gespielt, bevor er bei Bayern war. Bevor ich jetzt irgendwie recherchieren muss. Guck mir doch mal direkt nach, also stell mal in die Frage, da bin ich ein bisschen überfragt. Zweite Mannschaft hat er auf jeden Fall, oder U90, ich kann mich nicht mehr so... Du hast den Spielen sehen, ne? Ich mich mal so genau daran erinnert. Sicherlich kein Schlechter. Sicherlich kein Schlechter. Das ist einfach, dass der Kader sehr sehr gut ist. Wer weiß, wer das immer gesagt hat, ne? Ne, wer? Frank Schiermacher, zap, 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 zap. Zap, U19-Trainer damals beim Bonner SC. Geil. 99, 2000, Bayer Leverkusen, den verpflichtet, ablösefrei. Hat dann 2000, 2001 dort gespielt, dann eine Laie nach San Jose und dann nach Leverkusen zurück. San Jose Earthquake. Er hat aber auch in der Jugend oder in der zweiten gespielt. Kannst du da mal gucken, ob der Regionalliga einsetze oder U19. Gucken wir jetzt, gucken wir sofort. Bei uns ist alles natürlich immer ganz wichtig, ne? Diese ganzen Informationen, die wir auch raushauen, die müssen ja auch verifiziert sein. Ja, sonst können wir das natürlich nicht preisgeben. Fundierter Journalismus. So, Leistungsdaten, alles. Kein Framing betreiben. So, Hammerdorf. Was hat der gespielt? U19, für Tore. Klickbeit. Regionalliga Südwest. Ja, kann das sein. Ein Spiel DFB-Pokal und acht Spiele Oberliga Nordrhein. In irgendeinem Spiel hat er ein Dreier- oder Vierer-Pokal. Und dann hat er sieben Bundesliga und zwei Champions-Sieg-Spiele gemacht. In wie vielen Jahren? Das war dann fünf Jahre später. Weil wir haben auch lange Zeit, glaube ich, ausgeliehen nach Amerika. Aber dann... Da wurden die Liga noch nicht gewertet. Da hatten die noch keinen Transfer. Um das Ganze so ein bisschen abzukürzen. Dass die Vereine, die sind natürlich auch gewillt, neue Märkte zu erwirtschaften. Müssen, genau. Das ist das Beste wirtschaftlich, was du machen kannst. Ich glaube, da ist Manu, glaube ich, mit der größte Club weltweit. Manu oder Liverpool. Überall was abgepickt irgendwo. Ja, die sind... Ich glaube, die haben auf jeden Fall die größte Mitgliederanzahl. Meine ich. Also, wenn es jetzt danach gehen würde, hätte ich sogar gesagt, Real Madrid ist der größte Club weltweit. Die Galacticos. Galacticos, sie waren heftig. Real ist schon anders. Das weiße Ballett. Selbst ein David Alaba, der bei Bayern München spielt. Andere Dimensionen, ne? Der sagt, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Ja. Wenn ihr jetzt ein Angebot von zwei Clubs hättet in Spanien, für welchen Club würdet ihr euch entscheiden? Also, wir reden von den zwei Vereinen. Von den zwei Vereinen. Barca oder Real? Da bin ich ganz ehrlich, würde ich direkt zu Real Madrid gehen. Und so, Prime. Scheiße. Jetzt gebe ich ihm Sven eine Vorlage. Barca mit Iniesta und mit Xavi. Da wäre auch jeder dann zu Barca gegangen wahrscheinlich. Aber so, lass mal alles raus. Lass mal alles raus. Auch in der Phase... Nein, Bruder, ich habe die Spiele gesehen. Ich war da, ich war im Kampf nur, wo die Bayern 7-1 abgezogen haben. 2-3-2. Fünf Tore von deinem... Trotzdem zur Lage. Verheirer. La Pulga. Nein, du bist ja der Verheirer von... La Pulga. Fünf Nüsse und da habe ich gedacht, Alter. Ich fände trotzdem zu Real Madrid. Hat er noch die langen Haare gehabt, glaube ich. Wer? Der Lionel. Ach, der sah aus mit der Frisur. Das ist echt skandalös. Nein, nein, trotzdem. Ich wäre trotzdem zur Real gegangen. Ganz andere. Ja. Noch polarisierender. Ganz anderes Flair. Wo dieses Bernabeu... Diese Fans... Müssen wir uns mal ein Spiel angucken. Drum und dran. Sehr gerne, sehr gerne. Machen wir so ein Vlog. Ich freue mich auch auf unsere Stadion-Vlogs schon. Ja. Die dieses Jahr definitiv... Ja, Champions League vor allem. Da habe ich ein bisschen Zeit. Champions League am Wochenende ist sonst immer ein bisschen schwierig. Ja, gerne. Also... Champions League. Nehmen wir euch natürlich auch gerne mit, aber... Hier auf diesem Kanal gibt es 110 Real Talk. Alle Themen werden da knallhart angesprochen. Ja. Ja, auch Themen, die vielleicht ein bisschen unangenehmer sind, aber wo man sich sehr lange unterhalten kann. So ein Lieblingsthema von Kader sind so Eltern im Fußball. Das Thema liebe ich auch extrem. Ja, das ist auch sehr... Das ist ein... Thema für sich. Ganz geiles Thema. Kann man, glaube ich, auch stunden oder wochenlang drüber reden. Könntest du sogar unterteilen in mehrere Teile wahrscheinlich. Mehrere Episoden. Das ist so umfangreich. Väter, Mütter. Onkels. Stiefväter, Stiefmütter. Boah, also... Ganz, ganz heikles Thema. So die Selbsteinschätzung von Fußballern. Also da wird es vieles geben. Nichts, worüber man nicht reden kann. Ja. Hast du gesagt, den du gerne mal hier im Sessel haben würdest? Ich glaube, er hat gesagt Pep Guardiola, ne? CR7 hat er gesagt. CR7? Ich habe gar keinen gesagt. CR7. Ich habe noch gar keinen genannt. Wir können es ja so machen, jeder nennt einen Spieler und einen Trainer. Oder Funktionär oder sonst irgendwas. Ja, Trainer direkt. Habe ich da. Jürgen Klopp, das wäre... Ich sage jetzt so mal realistisch, ja. So ein Elgert wäre schon geil. Aus dem Jugendbereich. Ich bin ja selbst oder wir, viel im Jugendbereich aktiv. Viel im Jugendbereich, genau. So, das wäre nochmal so... Ich sage auch... Ja, hat einiges auf dem Kerl. Ich weiß gar nicht, ob so viele den kennen. Das ist eigentlich so ein Urgestein in der Schalke U19. Wie lange macht er das jetzt? Jeder kennt den. Ich glaube nicht, dass jeder den Herrn Elgert kennt. Wie lange macht er das? Du weißt das besser. Ich sage, die, die aus dem Fußball kommen... 25. Die, die aus dem Fußball kommen mit 20 Jahren, müssen den kennen. Der ist 50, ist er bestimmt schon, oder? Der ist ja über 50. Bestimmt nicht zu nahe treten, aber ich denke schon. Über 50, das heißt, müsste er ungefähr mit... Wenn er mit 50 ist, müsste er mit 30 und 19 Trainer geworden sein. Wäre schon machbar. Ja. Also egal, wie lange der ist. Also keiner, der so viele... Top-Talente hat. Der Top-Talente hat. Wir gucken, wie alt er ist. Hat der Top-Talente entwickelt und durchgeschleust bis hoch in die erste Mannschaft. Ja. Ich habe sein Buch gelesen, tatsächlich. Das war, glaube ich, das einzige Buch, was er sich durchgelesen hat. Die meisten Bücher hat er irgendwie immer nur so, dass die... 66 ist er tatsächlich schon. Also könnte das passen, ne? Das ist ja locker 25 Jahre Trainer. Herr Legert, 50 war natürlich ein Kompliment jetzt, ne? Wie Herr Legert. Herr Elgert. Laden wir jetzt Thorsten Legert ein. Der hat sich den Dschungelkind gebogen. Der wäre auch cool. Legert sage ich, wäre auch cool. Legert wäre auch 100 Prozent, aber... Herr Legert, sorry, dass er sich im Alter von Norbert Elgert getäuscht hat. Ich hoffe, Sie verzeihen ihm das. Alter Schwede. Ich habe zwei Buchstaben vertauscht, tut mir leid. Ja, Legert, Elgert. Herr Elgert natürlich, Herr Elgert. Ist natürlich alles eng beisammen. Ja. Ne, es gibt... Ich müsste überlegen. Also du, CR7 und Elgert? Ach, Legert? Nein, Spaß, Elgert. Nein, Norbert Elgert wäre schon, sage ich so. Und dann so, was... Keine Ahnung. Auch für die Jungs draußen greifbar ist. Weißt du, so... Ja, CR7 ist sehr weit weg. Das ist schon so eine besondere Story, aber auch... Wild. Nicht so greifbar, aber... Fehlt man jemand, der greifbar ist? Okay. Ja, ich hätte gerne mal so einen Poldi im Podcast. Ja, der ist mir auch gerade so durchgeschossen. So, wenn es um Fußballer geht, was sie zu erzählen haben. Aber Trainer, also Klopp oder Heinke ist auch sehr, sehr gerne. Das wäre auch, glaube ich, sehr, sehr krass. Deutschland, als er da, ich glaube, einen großen Anteil dazu beigetragen hat, dass Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist, durch den Trippelsieg 2013, hat den Bayern-Spielern nochmal so diese letzte Schmiede verpasst. Das war schon krass. Muss man sagen, gerade auch mit dem riesen Bayern-Block am Ende die deutschen Weltmeister geworden sind. Danach ging es ja irgendwie... Gefühlt ging es dann mit der Nationalmannschaft bergab. Das ist ja auch nochmal ein ganz eigenes Thema, wo man auch lange drüber philosophieren kann. Ich glaube, da draußen viele, die sich jetzt auch so ein bisschen, ja, oder die Überzeugung in die Nationalmannschaft verloren haben. In dem Jahr steht ja jetzt auch die... Ich auch. Ich sage dir ganz ehrlich, seitdem die Generation Schweini-Poldi raus ist, ich habe früher die Spiele so gern geguckt. Mittlerweile ziehe ich das gar nicht mehr. Ich habe auch tatsächlich immer jedes Spiel geguckt. Ich habe mich so gefreut, wenn Deutschland gespielt hat. Ehrlich, wenn ich so ein Poldi da rumlaufen sehen habe oder so ein Schweini. Ja. Ja, man hat sich auch auf Turniere gefreut. EM, WM oder sowas. Aber das hat sich über die Zeit hin, hat sich das so verändert. Also das WM, die WM jetzt in Katar, das war einfach nur peinlich, wie sich die Deutschen verhalten haben. Peinlich. Wirklich. Wir haben uns... Wir haben so... Dieses typisch Deutsche. Wir konzentrieren uns nur auf die Politik. Ja, wir konzentrieren uns auf alles und nicht auf Fußball. Und konzentrieren uns auf alles andere. Und es geht... Wir haben wirklich ein Ansehen verloren. Wirklich. Die Deutschen waren normal. Gefürchtet. Immer. Immer. Oh mein Gott. Und wir haben Deutschland zugelost bekommen. Ich sage dir ganz offen, dass ich das auch so anspreche, eine absolute Lachnummer geworden. In jeglicher Hinsicht. Leider ja. Nur noch Jammerlappen unterwegs. Leider ja. Ja, nicht nur in Bezug auf die Nationalmannschaft. Das geht schon... Nein, es geht ja auch Richtung Politik natürlich. Aber Politik ist auch nochmal so ein Thema für sich. Da bin ich auch gar nicht so drin. Das interessiert mich auch nicht. Das sind wir hier auch falsch. Ja, aber viele... Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen das auch nicht mit Politik vermischen oder so, dass ein Fußball-Podcast... Ja, aber wenn du dann siehst, die eine da, die sich provoquent mit dieser Binde da hinsetzt... Ja, das ist ja lächerlich. Hab doch Respekt. Das ist doch lächerlich. Hab Respekt. Die kommen da auch nicht hierhin und keine Ahnung. Dafür haben wir ja auch dann die Quittung sportlich bekommen. Dass am Ende alle gesagt haben, hier, nach der Vorrunde... Ich sag dir ehrlich, darüber habe ich mich gefreut. Ja, weil... Ich fand es schade, klar, allgemein, weil Deutschland immer eigentlich eine Turniermannschaft war. Ja, auch immer wie ein Fußballland ist, ne? Nein, wie wir uns auch verhalten haben. Das war auch hier, diese Geste hier. Ja, konzentrier doch einfach auf das Fußballspiel. Aber das hat mit den Jungs... Da würde ich meinen, den Jungs noch den geringsten Vorwurf machen. Doch, die haben doch die Geste gemacht. Ja, aber bis auf zwei. Zwei waren dagegen. Rüdiger und... Weil die sich aber auch... Doch, reiner, weiß ich nicht. Weil die sich auch medial von der deutschen Gesellschaft unter Druck gesetzt gefühlt haben. Die mussten was machen. Weil, ne, ich meine, ich hab mir dann die ersten zwei oder drei Folgen von der Deutschland-Doku auf Amazon angeguckt. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da hat man schon gespürt, dass von außen ein gewisser Druck entsteht. Dass man irgendwas tun oder sagen muss. Aber über was reden wir da? Absolut lächerlich. Kein Land, das an dieser WM teilgenommen hat, hat sich in der Hinsicht verpflichtet gefühlt, was sagen zu müssen. Und alle haben angetäuscht. Ja, aber böse angetäuscht. Wir haben alle angetäuscht. Ja, wir machen alle ein und dieselbe Kapitänsbinde. Die Dänen wollten Trikots machen, wo so ein Wasserzeichen als Zeichen gegen die Geschichten, die da gelaufen sind, drauf sein sollte. Ja, aber da sollte wie so ein Wasserzeichen dann mit irgendwas drauf sein. Für was? Die wollten ihr Trikot, das Trikot-Design. Warum, was sollte das symbolisieren? Ja, weiß ich nicht. Da sind ja halt einige Menschen gestorben, ne? Nein, es geht ja auch um, es geht nicht nur um die Menschenrechte, es geht auch um das, ähm... Nein, aber lass uns da auch gar nicht zu sehr in dieses politische... Aber das ist halt typisch deutsch. Wir müssen jetzt was sagen. Ja, was denn? Ja, wir müssen jetzt zu irgendwas Stellung beziehen und deswegen haben wir dann am Ende auch die Quittung bekommen. Aber da wollen wir jetzt auch gar nicht so tief eingehen. Was sagt man da? Das hat grundsätzlich damit zu tun, dass die deutsche Mentalität sich extrem verändert hat. Ja, absolut. Also die Mentalität von damals entspricht nicht mehr der von heute. Nein. Es ist sehr, sehr viel rumjammern, etc. Und damals die Deutschen, die haben einfach... Arbeitergesellschaft waren wir. Die waren einfach für den Fußball auch bekannt. Die waren bekannt und gefürchtet in jedem Turnier. Mentalität. So, dass... Und die Trainer, wenn du mal gesehen hast, wo die überall eingesetzt waren im Ausland mittlerweile, die lachen über uns. Ich glaube, die haben das... Klinsmann hat das 2006 oder einer von Klinsmanns... Assistenten. ...Stuff, Assistenten hat damals gesagt, wir haben keine zehn Ronaldinhos auf dem Platz. Aber was wir können, ist mehr arbeiten, mehr laufen, mehr kämpfen. Ich glaube... Das hat die ja auch ausgemacht. Wir haben im Kollektiv das Ding gemacht. Ja, ja. 2006 war so der Urstein, sag ich mal, der gelegt worden ist. So, der Grundstein. Aber das war dann Jahr für Jahr hat sich das aufgebaut. Aber die Deutschen waren einfach bekannt für diese Mentalität. Wir ackern, wir kämpfen, wir halten zusammen, wir spielen als Mannschaft. Heutzutage halt nicht mehr. Und deswegen identifizieren sich draußen auch immer weniger Jungs mit der deutschen Nationalmannschaft. Ja, und das ist auch nachvollziehbar. Und die Entwicklung ist eindeutig negativ. Und da werden wir auch den Finger in die Wunde legen und gucken, dass man nicht einfach immer überall den Senf dazu beiträgt. Ja, aber Lösungsansätze. Ja, dass man auch vielleicht versucht, in der Mentalität des Nachwuchses irgendwie ein Umdenken hervorzurufen, dass die auch sagen, okay, stimmt, harte Arbeit, zurück zu den Wurzeln, mehr tun als alle anderen, disziplinierter sein. Ich habe hohe Ziele. Um hohe Ziele zu erreichen, muss ich auch mehr tun. Muss ich härter arbeiten, disziplinierter sein, früher schlafen gehen. Alles, was das Ganze mitbringt, muss man umsetzen. Aber nicht über einen Zeitraum von einer Woche, von einem Monat. Das muss man einfach mal über viele, viele Jahre, wie ein Cristiano Ronaldo es am Ende macht. Der ist das perfekte Beispiel für das richtige Mindset. Ob man jetzt, weiß ich nicht, sich dem Mund zukleben muss, wenn man schläft, wie einem Erling Haaland nachgesagt wird. Das ist vielleicht dann, wenn man ganz oben der Spitze angekommen ist, dass man ganz kleine Schrauben noch versucht zu drehen, um es noch besser zu machen. Aber ob man jetzt... Habe ich letzte Nacht auch versucht, hält bei mir nicht. Ich muss gerade rasiert sein. In deinem Bad. Rasier dich mal, du siehst aus wie zwölf. Ja. Hast du echt? Wie ein zwölfjähriger, adipöser Teenager sehe ich schon. Hast du gemerkt, er war gerade im Flow. Ich wollte unter keinen Umständen unterbrechen. Du auch nicht. Du hast einfach nur zugehört. Aber was heißt das Schöne? Du hast ja recht mit dem, was du sagst. Ja. Danke, Jungs. Aber zurück zum Thema. Warum wollte er dich jetzt im Mund zukleben? Er weiß es selber nicht. Er macht doch gerade irgendeine Challenge. Ich bin Schnarche deswegen. Ah, okay. Ich wollte dich nur mal kurz ausfallen lassen. Er will wieder im Schlafzimmer schlafen und nicht auf den Kampel. Hast du Erfahrung? Warum nicht? Aber die Couch ist auch ganz gemütlich. Wir haben ja letztes Mal auch UFC drauf geguckt. Kampf ging zwar nicht so lange, aber... Apropos UFC, wie war der Fernseher von ihm? Ich konnte ja leider nicht kommen. Fernseher top. Fernseher ist weg. Hey, hängt doch hier. Ich habe mitgebracht. Aber wie viel Zoll? 77. 189, ne? Diagonal. Oder mehr? Warte mal. Doch, knapp unter zwei, meine ich. Ja, schon ein schickes Ding. Ja, aber das, was du sagst, ist komplett richtig. Einfach zurück zu den Wurzeln, wieder da anknüpfen und so. Und diese kleinen Feinheiten, wie Mundzukleben oder andere Geschichten, Schlafrhythmus, die kommen dann. Cristiano schläft ja, glaube ich, alle 90 Minuten. Er wechselt sich nach jedem Schlaf die Bett... Oder lässt sich die Bettwäsche austauschen. Ja, das ist heftig. Aber mit dieser Einstellung, die er hat, performt er seit fast 20 Jahren auf aller, allerhöchstem Level. Und es wird noch weiter... Der wird bis 45 Wörter spielen. Er hätte ja mal gesagt, glaube ich, er macht so lange, wie seine Beine ihm das ermöglichen, ne? Er will aber ja noch mit seinem Sohn zusammenfinden. Ich sage dir, das wird passieren. Hat einer von euch das Bild von seinem Körper gesehen, was er vor ein paar Tagen gepostet hat? Ja, er wurde einfach so vor dem Spiegel flext, ne? Gewichte in der Hand, alles angespannt. Das ist schon phänomenal, auch in dem Alter, dass über so einen Zeitraum so durchzuziehen, das ist schon Wahnsinn. Also, ich nehme mich da nicht raus, wenn ich mal sechs Monate durchgezogen habe, Fitnessernährung, da bin ich schon unfassbar stolz auf mich. Wie stolz muss der selber auf sich sein, dass er das seit über 20 Jahren schafft. Das ist ja nicht, für den ist das eine Lebenseinstellung, der ist nicht stolz darauf. Das ist für den normal. Das ist normal für den. Er sagt ja immer, er kriegt einen Anfall, wenn sein Sohn ein bisschen Fanta trinken möchte. Ich weiß, ich weiß ja, irgendwann gab es einen Mitspieler, der hat ihn zu Hause besucht und hat gefragt, was es zu essen gibt. Ich weiß nicht, wer das war. Ebra? Patrice Evra. Da hat er irgendwie was ganz Gesundes aufgeteucht. Salat mit Hähnchenbrust und das war's. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, es gibt Steak und so. Ja, ja. Und er sagt so, komm, jetzt haben wir gegessen, lass uns noch ein bisschen trainieren. Dann wollte er mit ihm runter, gesagt, du machst einen Dachschaden. Wir haben doch eben ein richtig geistkrankes Training beim Menu gehabt. Komm, lass noch. Hier, da hat er den so lange penetriert, bis ich den Einheit zusammen gemacht habe. Ich liebe diese Einstellung, die ist so geil. Das Mindset ist schon immer ein Vorbild. Ja, das sage ich auch. Ein absolutes Vorbild. Also Cristiano Ronaldo, wenn man sich wirklich ein Paradebeispiel als Vorbild nehmen möchte, ich glaube, dann ist man bei C-R7 definitiv. Verdient auch eine eigene Folge. An der Michigan-Adresse. Oder? Verdient auch eine eigene Folge. Messi, Ronaldo? Ja, 100 Prozent. Ja, das muss auf jeden Fall ausgeräumt werden. Oder was meint ihr da draußen? Ja, ich würde auch sagen, lass uns auch hier mal dann auch den Cut machen. Reicht ja für die Folge. Für unsere allererste Episode von 110 Realtalk. Einfach mal alles ein bisschen angerissen. Ihr könnt sicher sein, wenn wir die nächste Folge machen, da wird es um ein fixes Thema gehen, wo wir den Fingern die Wunde legen und gucken, was abgeht, was man alles bespricht. Wo können wir bohren? Ja, wo wir bohren können, genau, Sven. Ey, das musst du einblenden, bitte. Go, 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 go. Ja, klar. Das ist Weltklasse. Analyse. Das ist Blute. Analyse. Ja. Oh, Bohrer. Können wir auch einladen. Unser Freund Bohrer Emre Dogan. Stefan Rack. Ach klar, Stefan Rack. Ja, ja. Der hat natürlich auch... Weltklasse-Typ. Einige geile Kommentare bekommen, apropos Kommentare. Wie Kommentare bekommen, wie meinst du das? Ja, bei einer Folge Find the Pro hat er richtig Kommentare bekommen. Aber muss man da draußen auch einfach haben können. Ja, der geht ja auch gerade mit seinem Fußball-Content viral. 100 Prozent. Also, ihr könnt sehr, sehr gespannt sein. Find the Pro. Du bist halt Weltklasse. Ja, du bist richtig in Hochform. Du läufst gerade richtig heiß. Der Motor läuft gerade erst heiß, Jungs. Ich befinde mich gerade im oberen Drehzahlbereich. Ich finde es sehr, sehr schade, dass die Folge 0, dass sie zu Ende geht. Klar. Aber ihr wisst ja... Hauen wir was raus für die Community. Ja, zur ersten Folge muss auf jeden Fall was Fettes kommen. Ja. Was lassen wir uns da überlegen? Ich lege gerade. Was können wir raushauen? Ein paar Schuhe. Was für Schuhe? Ein paar Pumaträter. Oder ein Trikot. Fußball, Schuhe, Sneaker oder was? Ich würde sagen, lass uns ein Fußball-Trikot raushauen. Ein Trikot können wir gerne machen. Ja, wir lassen uns das einfallen. Ich habe einige Trikots, die man verlosen kann, die man da raushauen kann. Vielleicht mal spontan schauen. Aber ich weiß, bei mir im Schuhschrank liegen noch ein paar Trikots. Von dir, aus deiner Zeit, von Viktoria Köln. Nee. Unter Franz Wunderlich. Nee, nee, nee. Ich habe keine Frage. Apropos Wunderlich. Mike wäre ein geiler Typ. Auf jeden Fall. Der kommt ja auch hier aus dem Raum. Ja, Mike wird definitiv in einem dieser Sesseln sitzen. Da könnt ihr sicher sein. Hundertprozentig. Ja. Und gucken wir mal. Also haut mal Kommentare raus. Wir werden unter den coolsten, unter den besten Kommentar. Ja, wir suchen den besten Kommentar aus. Wir lenden auf jeden Fall ein, was es zu gewinnen gibt. Wir überlegen uns was, oder? Genau. Wir überlegen uns was Nettes. Weil ich hatte so erst gedacht, der Kommentar mit den meisten Likes bekommt. Nein, nein, da kann man furchtun. Geht aber nicht, aber man kann furchtun. Genau, man kann die sich sogar mittlerweile wohl kaufen. Habe ich jetzt in der Zeit. Deswegen ist Quatsch. Der unserer Meinung nach beste Kommentar. Genau, der schönste und beste Kommentar. Kreativste, beste, vielleicht lustigste. Ja, in der Richtung. Lustig, bin ich immer dabei. Ja, lustig, da hat man sich direkt. Ja, da werde ich mal eins der Trikots aus dem Schrank zücken. Gucken, ob wir das sogar noch unterschreiben lassen können. Machen wir. Und dann wird kräftig verlost. Aber da werden wir in sicherlich den einen oder anderen Folgen auf jeden Fall für unsere Community etwas zurückgeben. Ja, machen wir das jede Folge. Ja, regelmäßig. So wie uns danach ist. So wie wir Bock haben. So wie wir Bock haben. Ja, da wird sich sicherlich das eine oder andere finden. So, aber an allererster Stelle ganz wichtig. Sven, du bist dran. Sven, das ist dein Auftritt. Leute, nicht vergessen, den Kanal abonnieren, kommentieren, liken und nicht vergessen, die Glocke aktivieren. In diesem Sinne. Und teilen auch, hast du teilen gesagt. direkt auf Social-Media-Kanälen. Ja, boah, was soll ich nochmal, Sonja. Und hier. Paper-Konto einblenden. Ja, ein bisschen was rüberschicken. Das war Spaß, ne? Schön für die Essenskasse. Ja, ja. Hier für, ja, Essenskasse. Lass uns essen gehen. Ich würde sagen, lass uns zu drei Haas fahren. Ich lade euch ein. Zu drei Haas. Das wäre doch jetzt was zum Abschluss der heutigen Folge. Absolut. Bin ich dabei, sage ich nicht nein. Und schaltet ein, wenn das nächste Mal heißt, 110 Real Talk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.